Hey Leute, was ist das, ruhig und willkommen hier zum zweiten Spielchen der Paxon-Life-WM 2018 hier auf meinem Kanal. Vorhin gab es die Auslosung des Cups, der Weltmeisterschaft hier auf meinem Kanal, mein eigener Cup, meine eigene Weltmeisterschaft hier mit den WM 2018 Karten. Und es gab auch schon das erste Spiel, England gegen Russland gab es schon hier auf meinem Kanal, ging um 17 Uhr online, das gibt es jetzt täglich, siebsten und um 19 Uhr gibt es Spiele der Paxon-United-WM 2018. Jetzt heißt es hier Japan gegen Polen. Mein Favorit ist auf jeden Fall Polen, bei dieser Partie ganz klare Sache. Und ja, vier Booster, zwei stehen für eine Halbzeit und ich würde sagen, let's go, oder? Wir schnacken nicht so lange rum, Japan gegen Polen. Ich bin gespannt, wer sich da durchsetzen wird und wer hier die ersten Punkte in der Gruppe B mitnehmen wird. Gut, da haben wir Ragnar Sigurdsson von Island, Romain Seis von Monaco, äh, von, ja Monaco, nein, von Marokko. So, dann Corujo von Uruguay, Cristiano Ronaldo haben wir hier im Back, richtig, richtig nice. Ronaldo-Base-Karte habe ich auch noch nicht gezogen bis dato. Sieht auf jeden Fall nicht richtig, richtig cool aus. Timo Werner als Rising Star und Samuel Umtiti. Also keine Tore hier nach dem ersten Booster. Weiter geht's, zweiter. Mayl Jelinek, Luka Modric, Torres von Panama, Balde von Senegal. Oh, Double Trouble, Coutinho und Neymar. Und die Karten, die Double Trouble Karten sind meiner Meinung nach einer der geilsten Karten in der Serie, sehen so heftig aus. Aber Brasilien ist heute nicht dran, genauso wenig wie Enzo Perez aus Argentinien. Kein Japaner, kein Polen haben wir gezogen. Das heißt, wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Wir müssen auf jeden Fall Tore fallen, das ist eigentlich Pflicht. So, Marcelo Brozovic, Juri Tielemans, Sadio Mané, Edison Flores, Ankre Correa und Emre Can. Das gibt's ja gar nicht. Letzter. Hier muss doch nochmal Lewandowski kommen oder so. Christian Eriksen, Juan Guadrado, Serge Busquets, Alisson, Elneni von Ägypten und Renato Augusto. Und das geht hier wirklich 0-0 aus, Leute. Punkte Teilung, keine Tore in der Partie. Japan gegen Polen, 0-0. Also, dass ich das nochmal miterleben darf. Morgen geht's auf jeden Fall weiter mit der Gruppe C und mit der Gruppe D. Die ersten Spiele sind morgen dann 17 Uhr und natürlich auch um 19 Uhr. Das war's hier von mir. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.